Hallo Kula, mein Tata und sein herzlich willkommen an der weiteren Runde Rainbow Six Siege ranked heute auf Erfurt Zusammen mit Nougat, was geht Nougat? Nougat, ich steck dir gleich mein Nougat in deinen Mund Geht schon mal sehr gut los, so wir gehen komischerweise direkt nach unten, find ich aber gar nicht so scheiße Meine Cavera ist weg, läuft bei mir, dann nehm ich Kapkan nehm ich mit Oh, dann nehm ich Kapkan, dann nehm ich Lieschen, oh läuft bei uns Hello, hello guys, are you okay? Da will ich nichts haben, aber, wo soll ich denn hier verstärken eigentlich? Klassico, Klassico, hier, sehr schön Das schmeckt doch gut Muy caliente guys, muy caliente Also auf jeden Fall, der ist So, dann eben da hin So, zack Genau, mach da mal Action Wollen wir zusammen rumlaufen? Ja Oh ja, zusammen Gehen wir nach oben, obwohl, ganz ganz oben ist Falk, läuft bei ihr Das wird nicht gut gehen Das wird gar nicht gut gehen Oh, wir haben hier eine Echo Drone Hörst du schon was? Oh Ne, noch nicht Oh Hä? Toll Satz und mit X Jetzt geht es hier richtig zur Sache Bei dir geht es schon ordentlich? Ja, bei uns hier ist, ne, die Flex-Attacke schon Perfekt Bei uns wird geflext Oh Ronny, flex Ja, schade Mittagessen Hinter mir wird gleich die Butze aufgemacht Da muss ich aufpassen Ja Oh Oh ja Oh Nein, warum immer diese Oh Ich will keine Scheiße Fuck Die Oma ist bei mir drin Nein Ich glaube, mein C4 klingelt da ein bisschen Ja Hello Checken wir mal die Camps Jetzt kommt die Caveira, ne, wenn hier schon Party vorbei ist, ne, Party-Crasher. Ein little bit zu spät. Okay, schauen wir mal, was da gerade abgeht. Oh, da haben wir einen. Ja, lauf noch schön in meine Falle, komm, lauf in meine Falle, ja. Hast du nicht sonst noch irgendwas? Oh, der Bug ist auf den Stairs. Welchen? Ähm... Wow! Ja, das wär geil. Der ist ja schon drin! Wow! Wie ist er reingekommen? Ach, da hat der Sledge aufgemacht, hab ich total vergessen. Oh, das war ein Fehler von mir. Aber schön gespielt! Eieiei! Also, den letzten hätte ich dann auf jeden Fall bekommen können, aber schön gemacht. Brrrra! 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 Äh, well played Team, well played. Thatcher! Oh! Applaus für den Thatcher! Ja! Sind sie... Oben? Dann wird man sie hoffentlich loben. Ja, auf geht's. Ring, 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 banana-Phone... Oh ja! Oh ja, oh ja! Oh, ja, oh ja! Oh ja, oh ja! Oben, open, Obsess, Obsess! You're drowning! Okay, perfect! Wirkel haben sie auch. Wen haben sie? Wirkel. So, du. Deine Runde ist down? Ja, ich hab da oben alles aufgedeckt. Ab nach oben. Maestro Pimmelt da schon raus mit deiner scheiß Cam. Digger Nugget, was hast du da gerade gemacht? Ich will sagen, das war geil, Alter. Das war episch, ne? Das hat sich richtig gut angefühlt. Richtig geil. Richtig geil. Leicht feucht geworden in meiner Hose jetzt. Oh. Vielleicht brauchst du so eine Damenbinde da. Oh, warte mal. Willst du mir eine vorbeibringen? Oder hol mir gleich einfach eine ab? Hol dir mal eine ab, ja. Okay. Okay, numero uno. Ich bin jetzt der einzige, der hier angreift. Ich bin ein bisschen kacke in meiner Hose. Aber machen wir schon. Komplett free hier. Okay, das gefällt mir. Mi gusta grande. Oh, da ist er down. Ah, shit. Oh, Alter, ich bin harte. Oh, das klingelt rechtzeitig, ja. Boah, er hier... Ich, was mit denen passiert? Komm mal hoch hier, komm mal hoch hier. Der wollte wohl nicht mehr. Ich frage, ist das jetzt hier free? Ich würde gerne rüber zu dir kommen. Ja, habe ich noch eine Drohne? Oh, unten habe ich die Drohne. Oh, damit kann ich nichts anfangen. Oh, nee, das ist nicht so praktisch. Hä, wo war das denn jetzt hier? Oh, Junge. Nagel, ich komme zu dir. Ja, einer ist auf jeden Fall weh. Wow. Ich komme rüber zu dir. Nice, Nagel. Wow. Das ist Docky-Hocky. Okay, er healt sich. Ein kleiner Böbel. Nein! Habe ich ihn nirgendwo gesehen. Du kriegst den. Habe ich ihn nirgendwo gesehen. Das ist krass, das schaffst du. Oh, nice. Wo ist das? Deiner Nasenbär hier. Puh, schade, Alter. Wege auch noch Elan-Ladung, ich werde hier richtig zur Sau gemacht. Ah. Ah. Kade. Ah, der war sogar in dem Raum. Ah. Ich hätte ihn auch noch gejagt, hätte ich die Elan-Ladung nicht in mein Gesicht bekommen. Next round. Ich werde nach ganz unten gehen. Ich werde versuchen, das grüne Tor aufzuneilen und einen Kill rauszuholen. Mal schauen, wie es ist. Punkt. Aber jetzt erst mal auf Drohnenjagd gehen hier. Huhuhuhuh. Huhuhuh. Wuhuh. One drone down. Oh. Oh. Second down. Oh. Oh. Hurt down. Oh. Oh, oh, yeah, yeah. 10 seconds to insertion. Scheiße, verkackt. Egal. Oh. 5 seconds left. luckily. So, ab nach unten, hier, oder hier lang. Hier lang. Hallo. Kommt hier was? Gueslera. Gueslera. Danke. Äh, eine Wolf. Langweilig. Hallo. Bitte. Bei euch schon Action? Nope. Bei mir ist gerade noch nichts mit Aktionen. Ah, hier habe ich noch mal was. Ganz hinten. Sehr nice. Ja, dann rotiere ich jetzt. Hat keinen Sinn hier vorne. Okay. Oh. Muy grande. Irgendwie kommt hier gar nichts bei mir. Bei mir ist auch noch nichts. Komplett gar nichts. Was machen die denn? Machen sie etwa eine Kaffeepause? Dann gehe ich schon mal nach oben. Nein, nein. Oh. Ha. Hier haben wir was. Was ist draußen oder drin? Ist jetzt die Frage. Oh. Noch mal hier unten entschmeißen. Hallo? Da bleiben die. Hä? Dinger, wo sind die denn? Ich habe keine Ahnung. Da oben? Ah, hier oben? Warte mal. Wo habe ich denn was? Ah ja. Hier? Warte hier. Genau hier. Oh. Und Marc? Hier? Geht wahrscheinlich... Ich komme einfach mal runter. Ich komme einfach mal runter. Geht wahrscheinlich nicht kaputt. YOLO! Colin! Haben wir vor! Geil! Einer fehlt noch. Hallo? Scanning. Hi. Da wo? Hallo? Daddy will! Nein! Daddy will! Ich bin drin! Schon drin? Hä? Wo? Hier draußen. Hier draußen. Hier. Ja! Da ist ihn! Ja! Äh, wie komme ich da hin? Hallo? Ah ja! Nein! Schön da geht's! Sehr schön! Okay, das will ich mich nochmal anschauen. Ja. Oh, jawoll! Schön in sein Gesicht. Boots! Schön gemacht. Round 4. Heit! Das kriegen wir hin! Das heißt, wir werden jetzt wieder nach unten gehen. Alles vorbereiten. Termite haben wir schon mal. Sehr geil. Okay. Bist du Termite? Ne. Ne, 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 ne. Team. Come on, Team. Japanese Power. Einmal nur. Einmal nur. Müssen wir jetzt gewinnen. Und dann haben wir schon einen Match Point. Matchy Valley. Okay. Ganz genau. Aber erstmal schauen, ob die unten sind. Ja, sind sie und ich verliere direkt meine Drone. Woohoo! Woohoo! Nischen. Tierwasser trinken, mein Boy. Nischen. Bad Aiming. Einmal ein bisschen anstacheln. Ein bisschen heiß machen den Typen. Oh, Karma! Oh, Karma is a bitch! Karma. Katar or Japan? Japan! 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 Japanese. Japanese Power. Sushi. Sushi? You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Brrrrrrrrra! Ba! Skubadibaba! Mein Bildschirm fand das zu geil. Okay. Termite, I will follow you. Ja, ja. Ja, Trick. Ja. Leggy, leggy. Leggy. Nichts! Toll. Eine gute Stroyd. Ist ja auch alles free. Dann machen wir den Bruder auf. Toll. Um. Werf würdig. Finde ich auch was sehr merkwürdig. Braucht ihr noch meinen Thatcher-Shit irgendwo? Ne, ne? Wo bin ich denn denn? Toll! Wow! Nice, Nagy! Der Battlet! Ihr seid ja schon vollkommen drin da, ne? Ja, auf jeden Fall. Oh! Jetzt machen wir... Fire in the hole! Fire in the hole! Alter, das ist ja richtig offen da. Das ist richtig rambazamba, würd ich sagen. Oh! Clash, blick, blick. Oh! Darf ich dich durch. Oh, da ist hinter einer. Wird schon geplantet, geil! Leggy aus hinten. Ja, ja. Okay, der geht hin. ich wollte echt messern schön gespielt boys, well played und da ist er down come on guys fight like you never fight before let's win this match point wie er sich freut wer kriegt dein herz ok den scheiß müssen wir auf jeden fall aufmachen da werden wir uns nämlich hingesellen dann auf jeden fall den bruder und dann gehen wir nach oben wo ist denn das wo ist denn der drop hier ist der drop machen wir hier noch was hin das heißt hier oben muss irgendwo eine drohne sein hier oben doch gesprungen oder da wird auch was rum tak weg kommen wir da auch rein wir sind zu dick zwei drohnen down hier können sie auch kommen hm das ist böse ja komm mal mit dir Herr Winston ist das Winston ID Envy ok da hinten kommen sie da hei ein hei da hei ah daddy will auch noch was vom Kuchen hier wow alter bin ich erschrocken wo war das denn wo er ist der er ist der lol ich dachte da ist irgendwer aber ich hätte niemals gedacht dass man ne der hier auf die schnauze kriegen der ist alter maverick kommen sie auch ey no no aber die musste dann ja wirklich komplett an allen vorbeigegangen sein wenn die Produkte kommen please ach na geht es auch schon down ja oh das wird jetzt ja eine interessante Runde hier oh oh aber wir haben noch Capcam das Spiel oh well played gut waging 2 ja oh pre firing ja ein Duell ja oh oh schön geschossen und da ist der nächste down sehr schön guys sehr schön oh wo ist der letzte komm achso da ist er da ist er da ist er und wie schießt er denn wie schießt er denn wie schießt er denn wie schießt er denn unglaublich was wir hier sehen wow das heftigste play was ich in meinem Leben gesehen habe scheiße in seiner beschissensten Form er kann nicht mehr so viel leben haben ne komm glaube ich an wie die zwergenwelt ja du hörst ihn doch ja deine zwergen lauscher schatten da siehst du den Schatten oh er geht weg er geht weg er geht weg er geht weg das ist immer für Musik keine Ahnung Radio geht aufm aufm Schrank drauf nein 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 ohhhh und es hat Boom gemacht Muchachos da haben wir die Runde gewonnen am Ende nur noch vier Leute gewesen aber schön 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 gespielt Muchachos wenn es euch gefallen hat zeigt es mit einem Daumen nach oben checkt natürlich Nuggets nicht ab und wir sehen uns morgen wieder bis dann rein wir sehen uns gleich